Mario! Tommy! Häng dir um! Hier, Freunde, die Rechnung für der Polo. Aber ZZ ziemlich zügig. Fehlerfindung am Auspuff. Zwölf Mark. Auspuff abgeschraubt. Acht Mark. Und dann, wie heißt das immer? Auspuff, Auspuff. Angeguckt. Quatsch. Überprüft. Hättest du doch angeguckt. Ja, aber kannst du doch nicht schreiben. Wir sind immer nur in der Werkstatt, ne? Also, Auspuff überprüft, gereinigt und gelüftet und montiert. Das sind zusammen, sagen wir, 40 Mark, ja? und dann, äh, Auspuff geschweißt. No. Ich habe vorher geschweißt. Kannst du mal die Schnauze halten, Spaghetti? Du bringst mich total durcheinander, ey. Also, gut. Auspuff direkt geschweißt. Sieh. Und dann, ich habe die Auspuffer liegen lassen, weil es war zu heiß. Äh, ja, gut. Aber wie lang? 20 Minuten. Also, 20 Minuten, ähm, Auspufflagerung. 8 Mark. Sieh. Und dann, ich habe die Auspuffer zu Ende geschweißt. Ähm, Auspuff Ende geschweißt. 12 Mark. 12 Mark. Das sind zusammen, ähm, Scheiß, ich weiß auch nicht. Äh, sagen wir einfach, äh, 100 Mark, ja? No, das hört sich ja schlecht an. Äh, also gut, also, äh, 105 Mark 80, okay? Wenn.